Können wir zumindest den Yasuni, diese einzigartige Insel der Biodiversität, vor unserem Hunger nach Erdöl retten? Die 50 % der Regierung kommt von der Öl. So, jetzt sind wir nicht nur ein Land produzierter, sondern ein Land auszübendertes. Wir haben die Influenz. Petrol hat uns den Kanzer. Kochen und Essen ist eine Möglichkeit um die Familie oder auch Leute, die nicht zur Familie gehören, zusammenzubringen. Ich unterstütze eigentlich den Traum des Dschungel Disneyland. Und da kann man sagen, ui, das ist ganz schlimm. Aber lieber das Dschungel Disneyland als die Tagbauche auf die Familie. Und das ist einfach mit allen Motiven. Untertitelung des ZDF, 2020